Musik 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 So Dann Gehen wir jetzt einmal hier rein Und schicken wir das gesamte Ding jetzt hier on Tour Musik Hehehe Geil Wie awesome ist denn das Musik Wir werden auf jeden Fall gleich genug an Dings haben An Blöcken Musik 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 Gucken, ob wir alles abzapfen können. Ah, mehr brauchen wir aber auch gar nicht. Haben, glaube ich, genug da. So. Zwei. Solving a problem may require approaching to from a different angle. Das war schon jetzt wieder ein Tipp, den ich aber leider nicht so ganz verstehe. Because of my English-Kenntnis. Wir sind doch eben gerade hier auch irgendwie reingekommen, oder? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Weil ich weiß tatsächlich gerade keinen Weg weiter. Also. Solving a problem may require approaching. Es geht hier auf jeden Fall noch weiter. Ah. So. Jetzt bin ich hier. Ah, okay. Das Spiel ist echt so bescheuert, ey. Oh mein Gott. Stimmt, jetzt komme ich hier rein. Boah. Das Spiel macht mich gerade echt kürre. Das Spiel macht mich gerade. Ja, und jetzt? Äh. Das war jetzt locker richtig, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie wir da weiterkommen. Wo waren wir denn gerade? Immer noch da. Das kaufe ich euch fast nicht mehr ab, Alter. Ja, da war. Ah, ich weiß was wir machen müssen. Oh, war alles richtig zum Glück. Sometimes we do things just to go along from the right. Was an den Wänden. Okay. Komm hier noch irgendwie weiter. Doch tatsächlich. Loll, das ist ne Karte. Holy shit. Aber die Frage ist, was gibt's, was stellt sie dar? Ja. Das sind auf jeden Fall diese komischen Tunnel und Kreise und alles. Aber ich weiß jetzt grad nicht, was... Ich hab mich grad an was erinnert, wo wir letztes... gar nicht. Wobei wir das jetzt wahrscheinlich auch schon schaffen dürften. Ja. So, Anerkonstruktion. Some things don't have a deeper meaning. Alles klar. Hallo? Oh, bin ich bekloppt, ey. Fuck you, ey. Ich hab grad schon Fragen, ob das nicht kürzer wird, aber es wird kürzer. So. Zack, jetzt haben wir ein paar mehr noch. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Ich muss nämlich ganz kurz noch was machen. Ist ganz spontan, tut mir leid. Bis gleich. So. Da bin ich zurück. Ganz kurz etwas gegessen. Und wo waren wir stehen geblieben? Schön, wir sind hier rausgekommen. Und werden jetzt mal gucken, was hier unten so ist. Ist hier unten der Kuchen? Ja. Den hatte ich nämlich letztes Mal schon gesucht. Weil hier unten waren wir nämlich auch noch nicht. The consequences of one choice can cut us off from making others. Krass. Ah, GG auf jeden Fall, dass wir da jetzt ein Links bekommen haben, ey. GG auf jeden Fall, dass ich hier durchgefallen bin. Das ist aber bestimmt nicht der Gang, oder? Warte mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn hier? Dann look down, dann kommen wir da hin. Das war das. Was? Hier gibt es noch einen Weg. Die Frage ist, wofür der lang? Ähm. Ich habe mich auch gerade noch ein paar Seiten gehabt. Ich musste nur jetzt das Dings wieder suchen. Das war... Das nicht. Das auch nicht. Long corridor. What the fuck? What the fuck? Da waren wir auch schon... Ich suche eine bestimmte Stelle. Ne, die nicht. Da waren wir gerade. Da geht es aber auch noch weiter. Irgendwie nach rechts. Ich suche aber eine Stelle, da waren wir vorhin. Die war da auch nicht. Da auch nicht. Die war da auch nicht. Wir haben ja gar nichts mehr. Oh. Hier sind wir nämlich auch falsch. Boah. Hat der das nicht gespeichert, oder? Warte. Das wird uns hier tatsächlich noch ausgeschildert. Und... Take one path... Taking one path oft means missing out on the other. Das wird mir nicht mehr so lange. Wenn da auch mal kurz vor. Das wird nach unten. Die war da auch nicht so. Das wird also nur noch mal. Das wird auch nicht so. Wenn das nicht mehr... Das wird auch nicht so. Das wird also noch nicht so. Das ist alles. Das wird auch nicht so. Das wird dann noch mal. Warte mal, ich versuche jetzt hier mal irgendwie Steine zu holen, ich weiß nur nicht von wo. So. So. Ich suche einen ganz bestimmten Punkt, wo wir gewesen sind, aber ich weiß nicht mehr, was der war. Scheiß die Wand an, Alter, was ist das denn? Hm. So. So. Sind wir wieder hier, also ich versuche jetzt einfach mal den Weg zurück zu gehen. Ich bin mich gerade ein ganz bisschen verwirrt, ja? Weil wir hier ja schon gewesen waren, aber ich weiß nicht mehr. So. 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 So.